Der Wiegehubwagen Ameise Touch ist mit intelligenten Funktionen und dem konfigurierbaren Wiegedisplay ein echtes High-End-Produkt. Durch die Möglichkeit, kundenspezifische Abläufe und Funktionen zu programmieren, ist der Wiegehubwagen ideal für die Industrie und das produzierende Gewerbe geeignet. Das Wiegedisplay mit 5 Zoll Touchscreen-Anzeige ist in alle Richtungen dreh- und schwenkbar. Die Benutzeroberfläche ist leicht zu bedienen und führt den Anwender ganz einfach durch das Programm. Die Waage ist mit einer Mehrbereichsanzeige ausgestattet, die bis 200 kg in 0,2 kg Anzeige schritten, von 200 bis 500 kg in 0,5 kg Schritten und von 500 bis 2000 kg in 1 kg Schritten misst. Die Messtoleranz beträgt maximal 0,1 % vom gewogenen Gewicht. Die automatische Neigungskompensation bis zu 3 Grad sorgt auch in Schieflagen für genaue Wiegeergebnisse. Neben den Standardfunktionen wie Nullkorrektur oder Brutto-Netto-Wiegung bietet der Wiegehubwagen weitere intelligente Wiegefunktionen wie eine Stückzählung durch Differenzwiegung oder die manuelle Eingabe von Stückgewichten. ID-Codes und hinterlegte alphanumerische Codes machen jeden Wiegevorgang nachvollziehbar. Diese und weitere Daten können mit dem optional erhältlichen Thermodrucker ausgedruckt werden. Auch eine USB-Schnittstelle für die Datenübertragung ist vorhanden. Optional kann der Wiegehubwagen mit einem Bluetooth- oder WLAN-Modul ausgestattet werden, um ihn direkt mit einem PC- oder PDA-Gerät zu verbinden. Das aufladbare Lithium-Ionen-Akkupaket versorgt die Waage bis zu 25 Stunden mit Energie und lässt sich über das externe Ladegerät leicht aufladen. Optional sind zusätzliche Akkupakete erhältlich. Der robuste Wiegehubwagen spart mit seinen intelligenten Funktionen Zeit und Kosten beim täglichen Palettenhandling. Untertitelung des ZDF für funk, 2017